das eisgebräuch ist gleich unten im keller das heißt du kannst im keller gehen hier die stärkere die stärkere war vor der aufsatz wie völlig mit dem blaster wieder mal munition auf rechtlich auf den zombie oder auf so also gleich haben wir das eis das heißt dann müssen wir feuer und blitze deswegen habe ich trotzdem kann munition besorgt ist mir die zombies ein hier benutzer hat deinen channel betreten da bin ich wieder guten tag achtung aufnahme läuft mit einer nicht gewünschten waffe war eine schnelle aufdenken ist da oben irgendwo aber ist immer noch eins da mal gucken vielleicht kommen jetzt ein als können wir da hunde ja ich mit meiner pullover waffe erzählen eigentlich müssten wir schon wieder aber ich weiß nicht ich habe gar kein schaden hier oh man so jetzt müsste es aber nicht sein oder oder was ist denn los ich war mal echt so schnell dass es jetzt war hier ist so irgendwas eingesetzt werden oder so oder versteht halt irgendwie nicht irgendeine aufgabe nicht richtig gemacht mit meiner waffe kann jetzt natürlich mal gar nichts machen hier ist wieder ein hund los mach 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 das verstehe ich halt irgendwie nicht insta kill es alle ja die um praktisch dass die jetzt hier keinen schaden macht verstehe ich halt nicht weshalb ja und der macht mich fertig ich brauche die hilfe alles gut alles gut ich würde mal gerne wissen ob ich auch von hier rüber schießen kann und das hat bogen gemacht das war die glaube ich die runde das heißt schnell waren helikopter können wir uns jetzt nehmen ist runde 15 dann der kann man machen müssen wir leider machen ja wenn es baggie ist auf jeden fall jetzt habe angst aber angst hier ist ein dicker bei mir wieso kommt er gerade hier unten das arschloch ja du gehst auch bei einer neuen runde zum punchen weil der ist hier nicht gekommen gleich der dicke ist überlebt der ist direkt vor diesem puncher ding aufgekloppt egal stirb oh oh der dicke ist hier ja dicke ist hier dann helf ich dir mal magst du mich erst aufheben ja ich glaube zu dir bleib doch stehen da du da ist ein hund hinter dir glichpa glichpa schreine ich finde es schade dass es Baggi ist Ich bin einfach. Großer Typ hier. Okay. Wo bin ich da? Wo bin ich da? Hm... Der Staubsauger? Uh, was ist das denn? Ich versteh halt nicht warum... Ja, ich glaub es wäre sinnvoll, wenn wir die Runde einfach neu starten. Hm, konnt ihr zum Funkgerät gehen? Ja. Alle ready? Ja. Mehr oder weniger. Ihr müsst noch akzeptieren. Oh, warte, ja. Sechs? Sechs. Okay, wo müssen wir hin? Wie schön! Aber nicht gleich alle losstürmen. Wir müssen eine Spunkgerätzung jetzt wegmachen, glaub ich. Oh, mein Gott. Wo müssen wir denn hin? Ja, durch. Versuche dir zu folgen mit meiner Popo-Waffe hier. Ja, komm. Oh mein Gott. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh, scheiße Hund. Ich nehm Melee. 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 Wir müssen jetzt zum Melee, oder was? Tocke Melee. Oh, nein, ich täusche nie. Nein, 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 nein. Und Kaffee wieder. Warbar. Werder. Werder. Kaffee, rett uns doch. Werder. Alter, alter, ey. Richtiges Gemetzel hier. Jetzt, wohin, wohin. So. Jetzt sehe ich keine Zombies mehr. Ehen, den Hopp-Hotkopf. Ehen den Hopp-Hotkopf, für die freundliche Raketeneinsatztes. Wuuu. Ehen den Hopp-Hotkopf. Ehen den Hopp-Hotkopf. Ehen den Hopp-Hotkopf. Ehen den Hopp-Hotkopf. Ja, wir sind das gerade erfolgreich evakuiert worden und danke dem Spiel, dass du abgestürzt bist zwischendurch. Das ist immer sehr praktisch meine Aufnahme. Aber wir sollten vielleicht trotzdem mal eine Anomalie auslassen und dann erst eine Runde durchziehen und dann erst wieder da reingehen. Dass es vielleicht nicht Buggy dann ist oder so. Hier, Damon hat mal das letzte Schlusswort für dieses. Nach einer Runde folgt die nächste Runde. Und Fusio saß, fährst rückwärts mit in den Auto gegen einen Baum, verkleinert das den Kofferraum.